Musik Neu-Pferderasse, der sogenannte Kernfresser. Der Kernfresser möchte von dem Heuballen immer den Kern rausfressen. Das sieht dann so aus. Der Kernfresser frisst den Kern raus. Wie bist du drauf? Bist du jetzt schon ganz tief drin? Das ist ja wie ein Bohrloch, du Süßer, der gemeine Kernfresser. Der Kernfresser Der Kernfresser Der Kernfresser Der Kernfresser Der Kernfresser Der Kernfresser Der Kernfresser